Hallo liebe Fußballfreunde, ich bin in Freizeim im Keller. Meine Meinung von über YouTube, ich habe lange nicht mehr gemacht. Entschuldigung von davon. Über Musik, Kanalname, Carsten Otto, Abonnenten, 58.700 Abonnenten, Kanal gegründet. 20.05.2019, ich finde, Carsten, Carsten macht sehr gut seine Musiksachen. Wieder weiter so und nie aufgeben. Denn, große Gespekt, 2019, du Kanal gegründet hast und seit schon von 58.700 Abonnenten. Ist schon viel, aber, das reicht aber von dir nicht. Euch ist eine andere Liga, eine andere Musikliga. Aber das schaffst du auch. Davon brauchst du mehr Leute, mehr Abonnenten, mehr Fans. Marc Forst, der versucht, über Millionen zu drehen. Oder andere Musik. Oder Eule Langruth. Oder Eule. Von Berlin im Teil von Lachter machen auch Musik. Lena. Machen auch gute Musik. Aber Carsten. Machen auch gute Musik. Bitte und ich stürzen auch von Carsten Ott. Carsten Ott. Ich schaffe auch diesen nitte Herr, nitte junge Mann. Kann auch immer Millionen voll machen. Ich schaffe euch, oder? Das geht um Musik. Musik ist mehr über Paluten, seine Abonnenten. Paluten hat schon 5000, äh, 5 Millionen Abonnenten. Aber davon, du kannst auch mehr schaffen, wie Paluten. Aber hey, Paluten machen auch gut. Die machen über Gaming. Aber Carsten Ott. Die machen über Musik. Eigentlich 40 Millionen sein. Das ist verdient. Das ist meine Meinung von 40 Millionen Abonnenten. Deine Musik, deine Musik, diese kann auch schaffen. Viel Spaß von diesem Video. Lieber Carsten Ott, kannst gerne mich abonnieren, kannst gerne auch weitersagen, oder dein Abonnement fragen, kannst gerne mich weiterempfehlen. Und ich mag dir auch weiterempfehlen. Über YouTube als Beispiel, über meine Meinung ist, mache ich ein klein bisschen Werbung von anderen YouTuber. Und auch über Musik zu tun, über Kochen oder andere Sachen auch. Mein Kanal heißen Fußballfreunde, lieber Carsten Ott, kannst gerne mich da abonnieren. Und bei mir bin ich 70 Abonnenten, 70 Abonnenten, meine Fußball, Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgeregt und aufgekratzt. Mein Kanal ist Fußballfreunde, über meine Meinung habe ich gerade 70 Abonnenten. Mein Ziel von mir selbst, 1000, ich will 1000 schaffen, wovon Gewässer losgeht. Und bitte ohne Stutzen mich. Viel Spaß von diesem Video.